Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Kreativverse. Hier mit mir und dem Daryl. Hallo. Hallo. Toll, der Esel nennt sich immer zuerst, wa? Das ist mir nur gerade so eingefallen. Ja, jetzt muss ich mal kurz einen Blick nach draußen riskieren, denn wir haben jetzt... Es ist hell. Und ich guck mal kurz auf die Uhr, es ist kurz vorum. Ja, kurz vor... Ja, Ladenschluss. Ja, das müssen wir uns jetzt beide merken, ne? Ist ja klar. Ja. So, ist noch hell oder ist nicht hell? Ja, es ist hell. Ich werde dann hier an dem Haus ein bisschen weiter bauen. Jetzt haben wir die Nacht übersprungen, kann das sein? Ich weiß es nicht genau. War das nicht gerade dunkel, als wir reingegangen sind in der letzten Folge? Ja, aber... Ja. Dann haben wir so viel gequatscht vorhin noch. Ja. Okay, gut. Ja, ich baue hier auf jeden Fall so ein bisschen ein bisschen weiter das Haus aus. Also, ich begröße das Ganze hier ein bisschen. Und dann können wir das ja so nach und nach austauschen. Also, diese Grasblöcke gegen Steine. Ja, das klingt gut. Äh... Äh? Ähm, was ist los? Ich kann... Achso, nee. Hä? Ich kann nicht rennen. Ah, jetzt. Ich konnte gerade nicht schnell rennen. Warum auch immer. So, jetzt hatte ich gerade einmal gemutet, weil ich sonst die ganze Zeit immer eine Aufnahme am Husten bin. Jetzt versuche ich mal ein bisschen den Ton vorher abzuschalten, sonst ist das ja auch nicht so schön. Ja, das ist bei dir schön, bei mir hört man es. Oh ja. Schon vergessen. Da hab ich wieder nicht mitgeteilt. Naja. Alle, die es bei mir gucken, müssen ein bisschen leiden. So, da, ich... Ja, ich versuche mich zurückzuhalten. Ja. Was raus muss, muss raus. So, und ich suche mal weiter nach Blumen. Nach roten Blumen. Weil ich weiß, irgendwas wollte ich damit machen. Irgendwas. Was ich nachher wieder im Crafting Table dann schon wieder sehen werde, was das war. So. Ach ja, na klar, so einen Handschuh wollte ich machen. So einen weiterentwickelteren Handschuh. Ein Blumenhandschuh. So, was denn, schon wieder nur eine Blume? Mann. Okay, mit Blumen haben sie hier weiterhin gespart. Ja, vielleicht sind wir nur an einer ungünstigen Stelle. Was das so mit den Bäumen und so angeht. Ich kletter mal hier hoch. Oh, jetzt muss ich ja noch den Boden ja wegmachen hier. Ja, das wird ein hartes Stück Arbeit hier, dieses Haus. Oh, ich hab mich festgebackt. Oh, scheiße. Oh, ihr seht gerade bei mir Party im Bild. Juhu. Ja, nein, ja, es ist sehr schlimm. Ich muss hier gerade mal raus, ihr Lieben. Ich mach mal ganz kurz. Ich muss Pause machen oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Was, 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 was? Äh, Exit World. Ja, ich muss mal kurz raus. Ich hab mich festgefriert da. Ähm, ja gut. Kannst ja drinbleiben. Also, ich bin gleich wieder da. Ich muss es vielleicht einfach mal bei mir rausschneiden oder so. Die Stelle. Na gut. Oh, scheiße. Ey, was mach ich denn immer, ey? Kack. Ja, das ist das Ergebnis der letzten Folge. Sie wird rausgewählt. Ja, genau, scheiße. Ihr seid schuld. Oh nein. Ey, das gibt's ja nicht. Ich danke euch allen für diesen Sieg und, ähm, ja, ich werde mich... Wie nennt man das dann? Ich bin der Dschungelkönig, dann bin ich Great Diverse König oder so. Fuck. Es hat nichts geholfen, weil ich bin an dieser selben Stelle gelandet. Wo bist du denn genau? Scheiße. Vielleicht kann ich dich da irgendwie... Ähm, Moment. Siehst du, also ich sehe deinen Namen, du müsstest... Aber ich komm hier nicht raus, ich kann nicht, ähm... Ja, ich guck grad mal, wo du bist, vielleicht kann ich dich da raushauen irgendwie. Es wäre gut, mach dir mal den Weg frei. Also ich sehe dich, äh, da, ähm, du musst jetzt Richtung See laufen. Also eigentlich nur, wenn du richtig... Und jetzt ein Stück weiter nach links von dir aus gesehen. Und jetzt, genau, geradeaus. Jetzt läufst du auf mich zu. Ich bin hier zwischen Felswand und so einem Baum. Jetzt ein bisschen weiter rechts drehen. Okay. Rechts, dein rechts. Genau, und da ist jetzt diese Felswand, ne? Ja, so ein paar Felsen sind hier. Genau, jetzt muss man an diese Felswand noch ein Stück höher, noch mal höher. Höher, höher, höher. Du kommst ja jetzt, äh, nach links halt. Stopp, zu weit. Zurück. Ja, ja, ja. Zurück. Bis vorbei. Jetzt. Jetzt, äh, noch einen Strick runter. Jetzt ein... Nein, zu weit. Ja. Oh Gott, das ist jetzt scheiße. Rettungsaktion hier. Ach, da, jetzt sehe ich deinen Namen. Da, ja, ja, ja. Siehst du mich? Ich klemm hier fest. Ich komm ja schon irgendwie. Moment. Versuch mal, irgendwas rauszuziehen. Du musst, glaub ich, den Baum mal hier entfernen. Scheiße. Huch, jetzt bin ich runtergefallen. Ja, ich bin frei, ich bin frei. Oh, scheiße. So, vielen Dank. Kein Problem. Ey, das ist das ätzend. Spawn ich genauer noch wieder da rein, ey. So, das mach ich nie wieder. Scheiß, Dreck. Oh Mann. Schon das Highlight der Folge hier. Ja, ehrlich, ey. Geht gleich gut los hier. Oh, das war krass. Oh, das musst du dir mal angucken. Das sieht voll schlimm aus. Ah, das ist gerade auch bei mir ein bisschen am ruckeln. Aber gut. So, ähm, ich hoffe, ich kann dich jetzt unbeaufsichtigt lassen. Ich hab gerade überlegt, da hinten sind neue Tiere, so blaue Ziegen. Okay. Aber... Vielleicht sollten wir gleich zusammen losgehen. Ich wollte gerade sagen, alleine werde ich das lieber nicht machen. Oh, da kommt auch eine. Wo kommen die denn jetzt alle her? Plötzlich. Ja, ich möchte nur kurz den Boden hier kurz rausbauen. Oh, die sind voll viele. Und dann mach ich das Dach drüber und dann ist gut. Dann können wir gerne losgehen. Ich möchte auch nicht den ganzen Tag hier im Haus sitzen. Das reicht ja schon, wenn ich das in echt mache. Wenn man kein soziales Leben hat. Oh, eine Dose Mitleid. Ja. Wir haben doch uns. Unser soziales Leben ist hier. Genau. Bei Creativerse. So. Ja gut, ich gehe mal auch davon aus, dass das nicht unbedingt an mir liegt, ne? Dass ich nicht raus... Das liegt immer nur an den anderen Menschen. Wobei manchen kann wirklich sagen, okay, da kann man es verstehen, aber... Nein, okay. Ich will ja nicht fies sein. Nee. So, jetzt baue ich hier einmal das Haus wieder zu. Nicht, dass nachher die Schweine hier drin sitzen. Wir müssen die Ziegen töten, bevor sie... Ja, bevor sie sich vermehren. Ziegen ist gut. Ich glaube, das sind Steinböcke. Nein, ich dachte schon. Soll ich dir mal helfen? Hat das gerade hier so ein Standbild gehabt und dann... Ja, ich baue hier nur kurz einmal... Hä? Hä? Ach, schön mit dir. Jetzt habe ich eine Fackel hingesetzt. Ich bin ja blöd. Warum nimmst du denn den Stein wieder weg? Nein, ich habe die Fackel weggenommen. Ich habe eine Fackel hingebaut. Anstatt einen Stein. Ach so. Weil hier war das... Hast du auch einfach so einen Grasblock hingesetzt und den wieder abgebaut. Aber wie fährst du denn hier entfährt? Das ist ein Fall größer und dann... Hm? Meine Güte, dann bauen wir uns hier ein Palast, sag mal. Ja, wenn schon, dann richtig so ein... Ach, ich habe keine mehr. ...nünftig großes Haus. Wir müssen es nur nachher alles wiederfinden. Ja, aber kriegen wir hin, ist ja beleuchtet. Huch. Ja. Jetzt haben wir es auf jeden Fall getarnt. So, guck mal, da... Zück mal deinen... Mach dir vor, ich folge dir. Zück mal deinen Knüppel. Ich habe schon längst das Schwert hier... Echt? ...und Holz selbst geschnitzt. Ach so, ich habe schon gedacht, du hast nur einen Knüppel. Da, ja, hier, links, rechts, jeder ein. Ja, dann hauen wir doch mal zu. Oh, die sind stark. Ja. Ich werde mal essen, was essen sollen. Oh, meine Lebensenergie ist ja schon fast... Deswegen. Meine auch. Ich bin tot. Nein, nicht wirklich. Doch, mich hat es defeated. Ach du Scheiße. Aber ich bin wieder da und wo sind die... Ich muss meinen... ...Todesstein wieder kriegen. Treff ich den überhaupt? Boah, der hält voll viel aus. Jetzt. Ja, irgendwie schon. Tod. Oh, was hat er denn da lustiges? Aber vielleicht kann ich da nochmal draufschlagen. Ach, jetzt ist er weg. Werde ich verfolgt? Irgendwas haut mich doch noch hier. Ne, ich nicht. Ich war es nicht. Ich bin erst angerannt. Da ist nichts. Das ist nur der Sack. Doch, alles klar, ja. So, okay. Mist, Mist, Mist. Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall Pilze. Krasser Scheiß. Wir müssen... Die sind keine Pilze. Ich gucke mal hier so ein bisschen in der Umgebung. Da. Da sind Pilze. Ähm. Moment, hier ruckelt es gerade ein wenig. Wo bist du denn jetzt wieder hin? Pilze sammeln. Ach, da hinten. Wenn ich mal die Pilze kriegen würde. Oh ja, hier gibt es einige. Das ist gut. Hier unten ist nochmal so ein blauer Ziegenbock. Aber ich glaube, ich werde mich jetzt mal mit diesem normalen Schwein hier hinten begnügen. Wenn sie es nicht in die Fluten stürzt. Warte, Schwein. Ich befreie dich da hinten. Ach, es hat sich schon selbst befreit. Wieder eine Kiste. Aha. Ja, in jeder Folge muss ich mindestens eine Kiste finden. Sonst bin ich nicht... Oh, vier Pilze waren drin. Immerhin. Man hat mich erhört, ne? Ich brauche Pilze. Zack, steht da eine Kiste mit Pilzen. So, dann baue ich hier mal ein bisschen Holz noch ab. So, ich war... Ne, ich wage es nicht. Lass ihn dann ruhig. Oh! Ja, da brauchen wir besser so ein Steinschwert, sonst... Oh, was sehe ich denn da? Oh, braune Pilze. Was ist das denn hier? Ein kleiner... Naja, Wasserfall würde ich es jetzt nicht nennen. Ab ins Wasser, oh. Schwupp. Ui. Er ist so schnell. Wir dürfen nur nicht vergessen, wo wir hergekommen sind. Ja. Ja, wir haben noch, äh... Ey, vergiss nicht, wo du herkommst. Ich wollte gerade sagen, wir hatten ja die Fackeln, aber man sieht die von hier ja gar nicht. Ja, deswegen, ich werde mal... Ah, ich auch. Ich auch. Wieder rein in die Fluten. Oh, jetzt habe ich doch hier manchmal so ein paar kleine Stadtbilder. Ja, ich auch. Ich weiß auch nicht. Das hatten wir vorher nicht. Aber ich denke, es gibt noch... Ich denke auch, dass... Dafür dürfte man uns jetzt hier nicht irgendwie... ...für bestrafen. So schlimm ist es nicht. Ja. Kann man mit leben. Hate the game, not the player. Oder wie hieß das? Hm? Was? Hate the game, not the player. Genau. Wir können doch nichts dafür. So, dann, ähm... Gehe ich jetzt einfach mal in das Haus rein. Ich habe die Tür aufgelassen. Es gibt ja auch keine. Ähm... Apropos Tür. Ja, man könnte tatsächlich welche bauen. Hm. Ich crafte aber gerade einfach mal ein paar Fackeln. Ich mache mal die Tür vorsichtshalber zu. Die Tür. Das Loch. So, und dann... So, und jetzt baue ich dann mal langsam... Moment, wie ging das hier nochmal? Steine. Ich hatte doch Steine. 99 Stück. Ach, das gibt's neue Blumenarten. Kaktusflower. Okay. Ich habe jetzt gerade mal überlegt, ob meinen Trank herzustellen. Aber gut, da brauche ich die blaue Blumen. Blaue Blumen habe ich noch nicht gefunden. Ich muss nochmal raus. Aber es sieht schon fast aus, als ob es dunkel wird, wa? Hm, könnte sein. Ja. Und hier gibt's hier kaum Büsche, wa? Da gibt's hier keine Büsche mehr. Also, ich denke mal, wenn wir ein bisschen weiterlaufen würden, finden wir da bestimmt was. Aber so mit dieser Stelle ist es vielleicht einfach so, dass es... So viele Felsen und so. Hm. Na gut, wir haben uns diesen Platz ausgesucht. Wir werden schon... Ja, jetzt müssen wir damit liegen. Ja. So, ich nehme mal noch ein paar Bäume mit. Wo es ganz dunkel ist. Okay, aber Pilze und so gibt's ja auch echt wenig. Es sind hier überall diese Steinböcke. Ja, ich meine, die sind zwar ein bisschen schwierig, aber das ist immer noch besser als dieses andere Vieh, dieses... Ja, das, was wir da gesehen haben, was da auf zwei Beinen lief und so. Ja. Das war schon krass, ja. Das hat auch so ein fieses Gesicht schon. Man soll zwar nicht immer nach dem Äußeren gehen, aber ja, der sah schon richtig fies aus. So. Da war kein Diskutieren möglich. Naja. Okay. Ein Chamäleon hat da... äh, gelbe Blumen. Das ist auch gut. So, okay. Boah, ich muss mich hier immer irgendwie so ein bisschen anders hinsetzen, dass ich hier jetzt... Also, das Ruckeln ist jetzt ganz schön mehr geworden. Lauf einfach mal langsamer, dann fällt das nicht so auf. Ob du das schaffst? Stimmt. Weniger bewegen. Das ist schwierig für mich. Ja, jetzt bin ich am überlegen. Wird es denn schon wirklich dunkel oder kann man nochmal... Ich weiß nicht. Ich bin gerade lieber umgekehrt. Oder es ist nur bewirkt. Ich weiß es nicht. Auch nicht. Oh. Ich werde einfach mal... Ja, ich werde... Schon mal ein paar. Ich werde einfach mal schnell... Alter, da ist eine Ziegel bei uns drin. Ähm, ja, dann... Ja, schön. Ist ja super. Ich mache hier ein paar Steine weg. Ich wollte schon sagen, hier ist wieder eine Höhle, aber das Ding habe ich, glaube ich, hier selbst gebaut. Da, wo ich dir die Steine aufgebaut habe. Toll. Wir haben eine Ziege. Ja, dann... Radier sie doch aus. Ja, toll. Immer ich. Na gut. Ja. Oh, da kommt so... Oh, die einen fiesen Blick. Oh, die tötet mich doch. Die Sau. Wo ist es? Ah, hier gibt es schon wieder andere Steine drin? Okay. Wenn man nicht aufbauen kann. Oh, meine Pilze verbrauchen. Es wird, glaube ich... Mann, stirb. Oh, da ist schon wieder so blaue Ziegen. Boah, stirb. Alter. Mann. So, ja gut, ich... Ich gehe jetzt da rein und mache zu hier. Ja, aber lass mich bitte noch mit dazu. Zack, zack. Ja, und schon sind wir mal wieder im Haus gefangen. Scheiße. Ja, das ist... Ja, am Anfang ist das ein bisschen schwierig. Ich habe so viele Pilze verbraten. Gut, ich muss die jetzt wieder essen. Das ist doch schön, wenn du was zu essen gemacht hast. Verbraten. Scheiße, so. Wir bräuchten echt mal... Tja, ich habe schon mal ein paar Steine angebaut. Wir müssen sehen, dass wir irgendwie Sand kriegen. Dass wir Glas machen können. Stimmt, weil so eine Fensterfront wäre geil. Ja, weil sonst ist es die ganze Zeit einfach nur so... Ungünstig dunkel hier. Aber für Glas, da müssen wir doch wieder... Ich weiß gar nicht, was wir dafür abbauen mussten. Nur Sand? Ich glaube, es war Sand. Okay, aber da müssen wir mal ganz schön weit laufen, wa? Um hier Sand zu finden. Bis jetzt haben wir... Ja, eben, das... ...sollten wir mal vielleicht versuchen. Ja, wir haben ja den Teleporter. Wir sind ja immer nur so ein bisschen hier im 10 Meter Umkreis und dann wieder ins Haus. Das stimmt. Ach, du hast dir auch schon Steine gestellt, hä? Ja, so ein bisschen habe ich angefangen. Ja, aber jetzt hatte ich gerade unterbrochen, weil es dunkel ist. Ich möchte da nicht so... Okay. Aber siehst du, es ist schon eigentlich von der Fläche her schon ziemlich groß. Hier kann man schon mit arbeiten. Ja. Ich mache wieder die untere Reihe hier. Ja. Ich werde dann einfach mal... Falsch. Machst du? Du redest nicht zu Ende. Ähm, ja. Ja, manchmal hat man das irgendwie dann. Ich baue hier jetzt Steinböden. Also ich nehme zwei Blöcke hier weg. Ah, okay. Dass keine Überraschung von unten kommen. Ja, eben. Sonst kennt man das ja schon. So, okay. Das ist riesig. Ich will auch so ein großes Haus in echt. So, ich mache mal noch ein paar Deckenlampen. Aber ich müsste einen neuen Handschuh machen, weil ich kann die Dinger jetzt zwar hinbauen, aber ich könnte sie nicht mehr abbauen. Hm. Meiner ist auch bald wieder dem Ende nahe. Schauen wir doch mal. Ach, ich könnte sogar hier diesen Stone Mining Cell machen. Äh? Ach, das habe ich doch schon. Oder? Ne, habe ich nicht, ne? Ich habe Charged Wood Mining Cell. Stone. Ja, ich mache das einfach mal. Ich habe zwar keine Pilze mehr. Oh, und mein Handschuh wieder. Ich glaube, ich habe jetzt nur... Habe ich da jetzt nur einmal gerade hingesetzt? Ich weiß es nicht. Was ist denn das hier? Ja, das ging mit einmal so schnell. Hm. So langsam nimmt das hier schon mal Gestalt an. Bestimmt in Folge 100 sind wir mit dem Haus fertig. Mhm. Mhm. Ich habe gerade... Ich war leider gerade ein bisschen abgelenkt. Von meinem Inventar. Ich konnte dir gerade nur mit halbem Ohr zuhören. Leider. Ich muss gestehen. Oh. Ich gestehe. So. Boing, boing. Boing, boing. Ich habe auch immer so einen Tick, dass ich immer Geräusche machen muss. Das ist ganz schlimm. Ich finde das witzig. Ja, dann gucke ich dir mal ein bisschen bei der Arbeit zu. Kannst du gar nichts mehr machen? Ich könnte schon, aber es ist jetzt... Ja. So, wir müssen ein bisschen die Uhr auf... im Blick haben. Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Nicht mehr viel, ne? Ja. Also es ist eigentlich... Zwei, drei Minütchen haben wir noch und dann... Eigentlich ganz praktisch, dass wir jetzt gerade hier im Haus sind. Mhm. Und beim nächsten Mal suchen wir Sand, wa? Ja, wir müssen wirklich etwas weiter laufen. Dann könnte man vielleicht auf dem Dach erstmal wieder so ein paar Grasblöcke in die Höhe bauen, die man dann auch von Weitem sieht. Ja. Wie so ein Turm und dann... Ach, Momentchen mal. Konnte man... Nee, konnte man hier nicht, wa? So eine Markierung machen, dass das zur... Ähm... ...Kamerzone wird? Wie ging denn das? Doch, wir brauchen doch nur so ein Schild, oder? Nee, Schild war das nicht. Nein, es gibt... Du bist gerade wieder im anderen Spiel. Echt? Ich weiß ja. Ja. Aber hatten wir das nicht hier auch, dass wir so eine Markierung hatten? Es könnte sein. Doch. Ach, es gibt doch hier dieses Leuchtedingens, glaube ich. Leuchtedingens? Ja, ich suche das gerade mal. Ich weiß nicht, wo das war. Ja, diese besseren Lampen, die konnte man hier herstellen. Hier, das. White Beacon. Oder Bacon. Keine Ahnung. Ja. Aber das können wir ja nicht. Da brauchen wir hier Coal und Stone Road. Ja, und Glas. Und Glas. Scheiße. Müssen dann wohl irgendwann mal... Oder wir machen uns einfach so einen Weg aus Fackeln. Dann müssen wir uns viele Fackeln machen. Und dann brauchen wir... Hä? Wie brauchen wir das? Sag mal, weißt du, dass wir uns über Quatsch schon wieder unterhalten? Wir haben doch den Teleporter. Tatsächlich? Ding, 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 ding. Nichts mit Weg finden. Ah, wir biegen uns einfach zurück. Ja, natürlich. Ja, hier ist ja der Teleporter. Ey, sind so bescheuert, ey. Ich habe meinen dabei und brauchen wir den ja nur setzen. Genau. Du setzt deinen und meinen lassen wir hier stehen. Ey, wir sind so blöde. Total blöde. Ja. Okay. Wenn man jetzt irgendwie im Fernsehen wäre, könnte man sagen, Redaktion, das schneide ich raus. Ja. Nicht senden. Jetzt haben wir wieder unser Team, ist jetzt klar. Wie siehst du gar, ähm... Äh, wir machen das Ende, wa? Oder? Wir machen Schluss? Ja, wir... Ja, zumindest... Ich mache Schluss mit dir! Ja. Ähm. Zumindest, äh, in dieser Folge. Wir werden uns wieder sehen. Okay. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mögt, könnt ihr uns gerne abonnieren. Ja, ich bitte drum. Ja. Und auch gerne Daumen nach oben fürs Video für diese hochwertige Qualität hier. Ja, ganz leckfrei und ohne Ruckeln und... ne? Ja, wo kriegt man das sonst gewohnt? Ja. Gut, ähm, ja, dann sind wir erstmal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Und tschau. Ciao.